und damit willkommen zurück zu scorn ja in der letzten episode haben wir ja das teil hier fertig gemacht haben wir ein guter willkommen und jetzt heißt weitermachen wir sollten jetzt durch die tür kommen die war da hinten so ein schön ekliges spiel super gut einmal aufmachen bitte Funkfernsteuerung modern würde ich auch gern okay und da da geht es nicht weiter weil sonst transportwagen hier ja ich glaube hier war schon länger keiner mehr wir können nur in eine richtung gehen Tür da lang erst mal da lang und das ist eine Sackgasse gut dann halt da durch aufzug auch gut auf runter runter da reißt uns auseinander oh da ist helfe auch eins runter gegangen praktisch was ist das einfach mal ausprobieren okay äh okay das wäre das äh ganz viel nicht oh die kugeln sind oben jetzt rot mhm okay äh aufmachen bitte danke mhm das erinnert mich Moment mal Moment mal das ist doch das wo wir ganz am Anfang gewesen sind nur dass es jetzt ein bisschen zerfallener aussieht ist das die gleiche Location oder ist das die andere einfach nur anderer komplex andere kommt auch nicht mehr runter okay dann halt da lang das heißt da müsste eigentlich noch ein Raum kommen mit einer Tür da wo wir gestartet haben wo nach oben hin offen ist stimmt da ist auch das Ding hier gewesen also wenn es das gleiche Ding ist dann war die Explosion da nicht so cool ich höre komische Geräusche ja das ist wieder der Raum hier okay ja dann was haben wir denn hinter dieser Tür noch ein Aufzug ja dann los geht's okay ist zumindest ein bisschen fancier hier hier sieht's einigermaßen normal aus ich nehm's zurück links rechts geradeaus ähm rechts ja überall das genetische Zeugs da es bewegt sich da geht's auch nochmal weg oh oh was zum das lebt oh okay ähm okay das sieht wieder nach Rätsel aus Kugel 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 irgendwas da unten ja das wirkt alles da oben auch ja das ist irgendeine Art Parasite soll ich jetzt soll ich hier schon mal nach unten gehen oder zuerst ja bis was dann zuerst mal die linke Seite vermutlich geht der eine Gang da runter wo da das hingeht ah das kann ich nicht aufmachen da brauche ich nochmal so ein zweites Kugelchen da na dann halt hier runter kann ich was machen ne oder da hat's die hängen alle so komisch zusammen und leben okay uh da ist ein Apparat was machst denn du Schönes ah ich soll jetzt eine Kugel nice Schlüsselupgrade das ist jetzt da war ich vorher ja da war ich vorher gut dann haben wir hier mal alles gesehen machen wir deine Tür da auf so aufmachen bitte ach du Scheiße gut denn da lässt mich in Ruhe okay I guess es wird noch passieren dass ein Ding einfach mal rausjumpft so mach mal auf hier lecker das macht mich alles ein bisschen nervös hier ähm 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 kannst du da mal zu bänden danke fuck ach du Scheiße schie ach du Scheiße konntest du da mal fuck ähm ganz schlecht so komm spuck noch mal fuck ja scheiße konntest du mich irgendwie heilen oder so was kann ich mit diesen Kugeln da machen du bist doch irgendwie was kann ich tun würde ich hier nicht hm was zum was ist das das ist für Menü äh okay ich wusste dass das funktioniert kann ich nix mit den ah das gibt's doch nicht ich würde sagen wir mal das und durchprobieren ähm ne da passiert gar nix hm ich meinte ich hätte den Kopf gehabt man hätte sich mit diesen Kugelgedöns heilen können so was war was war eigentlich das das Ziel von dem ganzen hier ist offen kann ich das nochmal machen okay hier ach so Moment mal und ich kann es nochmal ich mach es einfach nochmal muss ich da ich denke mal ich muss da durch ähm ja gut ich drehe das nochmal gut weg hier ach noch so ein scheiß Vieh ja fuck jetzt bin ich tot ne geil wo und wie ja weiter bitte ähm da bin ich jetzt hab ich jetzt noch okay ja ähm das mit dem heilen würde ich dann schon noch gern irgendwie wissen wenn es irgendwie geht äh Moment ich hab den das lässt nur einfach okay ich glaub das war hier runter stimmt das ist dann dieser eine Gang hier und da geht's dann nicht weiter alles das läuft gut 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 okay äh nachdem ich die gleiche Aufgabe jetzt nochmal machen muss würde ich sagen gibt's für euch mal einen kleinen Cut ich mach das mit den zwei Drehscheiben nochmal versuche dabei nicht drauf zu gehen und wenn das erledigt ist dann sehen wir uns an der Stelle wieder wo ich gestorben bin also bis gleich da bin ich wieder und ich hätte auch einfach nur mal hier das Pause-Menü aufmachen sollen da steht nämlich heilen eh dachte ich hätte es eigentlich gedrückt aber ja okay Waffen kann man durchwechseln da mit 1 bis 4 das ist auch noch gut genau mal kurz schauen ja gut ich hab noch die eine und ich hab das hier überlebt der da hinten ich hab's geschafft nicht einmal getroffen zu werden ich bin da einfach um diesen Schalter hier rumgelaufen der hat mich dafür getroffen das heißt wir sind jetzt zwei Bars nach unten könnte schlimmer sein und da jetzt noch mehr äh ich hab schon wieder fest Freude mit sowas cool ich hab das da vergessen äh wir sehen uns gleich wieder zwei Minuten später und hier ist offen äh manchmal bin ich echt so verplant gut da ist die eine Station wir können jetzt hier weiter gehen aha okay so das ist jetzt der Space den wir von da oben gesehen haben was auch immer die gut sind okay was machst du Schönes bewegt das Ding da okay 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 ist das das ja geil so jetzt probier ich das mal mit E gedrückt halten mhm Alien Drogen ähm okay okay mhm interessante Form des Transports wo er so langs funktioniert hä hä jetzt bin ich wieder da wo ich am Anfang gewesen bin oh oh I see ich muss einfach schneller sein beim Aussteigen nur hier bleiben wir nicht stehen okay versuchen wir das gleich nochmal ich hab's geschafft ja ich glaube ich glaube das Ding fährt nicht mehr da ist zu Alter werde ich alle da dranhängen ne oh okay schau mal was machst du oh oh okay okay warum baten wir uns so ein System hier überhaupt ist doch total sinnfrei nur für da einmal im Kreis rum zu fahren hm werden sie schon irgendwas dabei gedacht haben oh du kleine Arsch ich hab dich gesehen naja fuck okay weglaufen komm spuck nochmal Alter kannst du lass mal ne Waffe los okay ähm helf naja geht noch ich spaß noch ein bisschen lebst du äh kann ich nicht mal ein bisschen mhm musst du runter und überrascht mich ha 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 ah wichtig wah was muss man nur für die Fantasie für sowas haben äh ist noch so ein Vieh ähm bin ich selber befallen ja viel spaß da hinten noch okay ähm ähm ja ich geh erstmal links äh äh noch mal den nächsten da auch schön dass wir jetzt hier nicht mehr alleine sind äh links rechts links ok ok hebst du ok kann ich nichts machen äh schalter ab oder was was machst du ok ok ja ok also hier fehlt was da muss irgendwie die Kugel oder so hin und der setzt es dann da drauf gut ok ein Teil des Rätsels das hat jetzt hier so ausgesehen als wäre so ein Vieh da drüben wär ja ich würde mal sagen wir gehen mal da rein wo es so richtig einladend aussieht ja das ist doch so eine Kugel oder nicht einfach nach oben mhm noch mehr ich hätte jetzt wahnsinnig gerne einen Flammenwerfer mhm ich fühl mich oh äh noch mehr machen wir hier hinten nichts ok ähm dann machen wir das hier oh einmal mit Gewalt durch alles klar hierher was ach da kommt ein Kollege vorbei hallo Kollege so schnell weg komm her alter schieß puh ok äh gehst hier wieder runter ja ähm Problem muss ich das nochmal ausführen das bringt mir so jetzt ach warte mal da wo der vielleicht hergekommen ist ist da jetzt vielleicht frei wo sich das Ding jetzt bewegt hat Tatsache uuuh so ein Teil wieder ähm da tue ich mich gerade nochmal heilen so füll mal auf das Ding uuuh nice ok und so weiter oben da gibt es nichts zu tun du kleiner komm her komm her komm her so scheiße das ist vermutlich die Mutti so schnell weg scheiße ich kann nicht weg scheiße wie viel haben wir ja shit ja irgendwas mit mehr Schuss oder Reichweite wäre ganz cool nebst du ha Moment du auch lass mich doch hier nicht überraschen mehr Kandidaten mh lecker gut sollte vielleicht ab und zu mal nach oben schauen äh ja gut hier kann ich nichts machen glaube ich zumindest so weg hier weg, 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 weg komm her wieder der Finisher ja scheiß Viecher ok ich heil mal äh wir haben ja Gott sei Dank ein paar von den Kügeln was bist du muss ich vor dir Angst haben au toll ähm ähm wollen wir schnell weglaufen ok ciao oh komm her ihr nervt ok ok die sind glaube ich alle da reingewachsen uh der nächste Platz wo wo lebt hier einer ich glaube ich glaube ich komme nicht drum rum das Ding jetzt einfach mal auszulösen damit die Kugel da weiterkommt wie gut sind die Chancen dass gleich zwei kommen das war ein bisschen fies na kommt der noch da von da hin oh lasse lass mich durch scheiße das sind jetzt zwei scheiße 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 das ist das ist kuck kuck weg 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 okay wie ist der Status ja nicht so gut ok kuck kuck da was mir nicht sehr viel bringt so wie es aussieht und da so greife ich wir müssten eigentlich müssen eigentlich was ist das ähm ok und die anderen Dinger hier brauche ich nee ok also ich glaube ich muss da noch zwei von den anderen hier finden so kommen wir wieder hoch oder ich fahre mit dem ganz nach unten wie geht das was ist es jetzt ach das Junge musste es sein ah jetzt habe ich eh schon mit Monstern hier zu tun und dann tust du mir auch noch weh was ist das ist das eine neue Waffe uuuh unbeschraten Munition äh ja ok muss ich das irgendwie nachwarten ok cool alter das sind noch mehr gegegegegegegegegegegegegegegegege ja er auf der Mitte Animation fuck das war jetzt ein bisschen scheiße vom Timing ich habe halt noch leider nicht so viel Schuss was ist das äh einmal ausprobieren hä was soll ich denn hier jetzt machen aha ok ich werde mich raten alles muss hier irgendwie leuchten ich verstehe das Prinzip nicht sogar Moment ach so ähm war es das jetzt oder was ist das hier so nach oben gehen damit es ne schon nach unten ne so wie kriege ich das jetzt hin dass das untere halt mit leuchtet mhm ich mag so oh alt man das gibt's doch nicht das ist jetzt effektiv nur raten hier ok das rätsel ist mir zu doof ähm ich schau gerade mal ob es hier sonst irgendwas gibt ne ach das ist die andere Seite ok ich werde jetzt mal ganz kurz nachgucken was hier die Lösung ist das ähm ist gerade nicht so meine Stärke wir sehen uns gleich wieder so da bin ich wieder mit der Hilfe vom Internet habe ich das jetzt hier hingekriegt so jetzt können wir das hier machen das scheint so ein Teil zu sein für die eine Steuerung da hinten ok der macht erstmal einen Abflug alles klar Jut. Na, kommst du gerade drauf? Sehr gut. Das war da. So, einmal da rein. Und jetzt? Ah, okay. Das heißt, jetzt mit dem Teil einmal nach unten und da unten weitermachen. Fürs Dritte. Okay, aber ich würde sagen, das machen wir jetzt nicht mehr in der Episode, das machen wir in der nächsten. Und, äh, ja, ich hoffe, ich kriege noch ein bisschen mehr Munition für meine geile neue Waffe. Aber ich denke mal, die werde ich noch ein bisschen einsparen müssen. Äh, nehmen wir mal die andere Waffe. Ja. Dass ich ein bisschen mehr mit der arbeite. Aber da brauche ich halt ein bisschen Health oder eine bessere Strategie. Oder es kommen noch Monster, wo ich die Schusswaffe brauche. Wer weiß. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Ähm, gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und, äh, dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, 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 tschau.